Diese Leute hatten wirklich einen schlechten Tag Und ich mein das ernst, ich mein schaut euch das mal an Wie kann es sein, dass der Reifen so umknickt? Der Typ wollte nur langsam über den Bordstein fahren Und der war aus irgendeinem Grund noch feucht Junge, hat es den hingenatzt Und da sieht man erst nen rennenden Mann Aber wenn man dann da raussucht Junge, tut der mir leid Hier wollte nen Skifahrer einen guten Stunt machen Und den hat's noch mehr hingenatzt Und ich weiß nicht, wie es möglich ist Aber bei dem Typen brennt grad das Haus, obwohl da eine komplette Überschwemmung ist Die Jungs wollten nur ein Rohr verlegen Und haben dabei das Auto komplett hops genommen Der kommt dann nie wieder raus Und der Mann wollte nur ne Pizza schneiden und hat noch ein bisschen mehr geschnitten Hier wollte jemand die Tür vom Auto aufmachen Aber hat nur die Hälfte geschaffen Und hier steht mitten auf dem Rollfeld ein einsamer Koffer Und hier ist er noch ein Wälder Und hier ist er noch ein Wälder Und hier ist er noch ein Wälder